Damaged Rucksack. Wie soll denn ein Badly Damaged Rucksack nicht mehr funktionieren? Das funktioniert doch eigentlich immer. Ein ruinierter funktioniert nicht. Ja, oder ein ruinierter, wie soll denn der nicht funktionieren? Das soll an einem Rucksack wirklich groß kaputt gehen können. Ja, der kann kaputt reißen. Ja, ja, gut, wie heißen die Dinger, die man dann um die Hüfte hat, äh nicht um die Hüfte, um die Schultern hat? Die Träger können abreißen, ja. Wie? Ja, oder das. I really full. Ja, klar. Och, verpiss ich da, du blöder Zombie. Geh nach Hause, dich mag keiner. Ei, ei, ei. Ich hab ihn. Ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ohne Sütze. Geld. Bitte? Nee, schon gut. Nee, schon gut. So. Und nun? Mein Plan ist jetzt hier ganz schnell weg. Und los. Ja, bleib auf der Stelle stehen, pack die Waffe weg und nimm sie wieder in die Hand. Das macht Sinn. Wenn ich jetzt sterbe, ich... ...hass ich das Spiel. Tja, dann weißt du, wie es mir die ganze Zeit geht. So. Und wieder Sonne in den Rücken und ab nach Norden. Wir müssen wieder Richtung Norden ziehen. Der Winter bricht herein. Ne, andersrum. Der Sommer bricht herein. Ach, egal. Kennst du zur Mauer? DSDF? Ja, ich renne zur Mauer. Nein, da. Hallo. Hallo. Es war ehrlich zu hoch. Ich geh mal zu Green Mountain, weil da sind, äh... Da find ich bestimmt was. Was toll ist. Der Berg, dessen Name nicht genannt werden darf. Ja, ich mein, ich geh zum... Wir gehst zum Berg, dessen Name nicht genannt werden darf. Na, da weiß man aber sofort, wie man meinst. Na, also bei Harry Potter. Ich geh zum Berge. Weil der Berg folgt nicht zu mir. Und wenn der Berg nicht zu Propheten kommt, folgt der Propheten zum Berg. Richtig. Habst du grad ne Ahnung, wo du hinläufst, nächstes Jahr? Ich bin ja schon da hinten. Dann lauf ich ja gleich mal mit. Da ist es immer um Schmerzen, da. Geht da irgendwas oder irgendwer drin? Oder war das gerade ein Licht? Nee, war nur Licht. Hör mal, Leggero. Welches Programm benutzt du nochmal zum Videos wurschten? Ähm, wenn ich nichts zu bearbeiten habe oder relativ einfache Sachen habe, dann Movie Maker, ganz simpel. Und wenn das etwas professioneller sein muss oder irgendwie aufwendiger hat, dann ist es Sony Vegas. Ah ja, stimmt. Hast du ja schon gesagt, nur ich wusste nicht mehr, wer das heißt. Bei mir hat jetzt den Kumpel auch Sony Vegas auf dem PC gemacht, nur... Ja. Blöderweise hat er noch den Key. Und da läuft ja nicht viel ohne Key. Das stimmt. Ja. Und das ist, äh... Der Schlüssel, sozusagen. Nun, die Antenne vom Berg, dessen Name nicht genannt werden darf, ragt hoch über mich hinaus. Wie ein großer... Machst du mir mal, Penke, das geht. Ich glaube, ich zittere. Kannst du mich einfach mitfüttern? So wie dazu... Nein, du kannst mich nicht einfach damit füttern. Gott, ich muss es in meinen Rucksack nehmen, ansonsten... Warte mal. Kannst du sicher die Hände nehmen? Kannst du mich nicht einfach damit füttern? Geht das nicht? Kannst du ja mal versuchen. Guck dir das mal, bitte. Vorher leg ich dir einfach raus. Das sieht schon mal gut aus. Forcing? Ja, Forcing ist gut. Ja, ja. Nein, das Tor ist auf. Hier wurde schon einmal gelootet. Ich hab dir jetzt was gegeben. Ja. Ich bin immer noch so komisch, aber ich glaube, das ist normal. Und nun? Wo wir jetzt hin? Ich weiß es nicht. Kommst du auch zum Berg, dessen Namen nicht genannt werden. Ja, jetzt vergisst du dich um. Ich fühl mich so alleine. Ich hab' ich auf Bandaging gefunden, sehr schön. Ich hab' ich auch unbedingt reinmachen müssen, die Fahrzeuge. Ja, das stimmt. Ich hab' eine Axt gefunden und eine Dose. Sehr gut. So geht's auch mal. Na, eventuell überlebe ich doch noch länger als paar Tage. Oder als paar Minuten. Ist das so? Ja, ich hab' ich find' grad, äh, in den richtigen Zeitabständen genug zu essen. Zumindest gerade so, dass ich noch über Wasser bleiben kann. So, Flasche ist leer. Ein großer, roter Rucksack. Und der Typ, der hier schon drin war, hat garantiert nicht gut aufgepasst und überhaupt nicht gut gelootet. Oder ist es neu gefahren? Nee, dann wär' die Tür vorne nicht aufgewiesen. Gut, ähm, ich hab' ne Kantine, die nicht ab Prozent verliert. Doch jetzt verliert sie. Das ist so unlogisch. Ich kann doch nicht, äh, ne 0,5er Flasche trinken, ne 0,5er Flasche trinken und ne ganze Kantinen trinken. Da müsste ich so derbe mich zusammenreißen, so viel auf einmal zu trinken. Ach, die Axt sollte ich vielleicht mitnehmen. Ohne, wir müssen uns treffen. Du willst mir doch nur, weil ihr die Axt klaut, ich seh's ja schon. Oh ja, du hast recht, müssen wir. Wir waren nicht im, im Fernseh, äh, im Dings Tower, ne? Im Tower-Gebäude. DSDF. Nee, waren wir nicht. War die Tür gerade schon auf? Hier unten. Nochmal hinrennen, nochmal rauf, nochmal rein. Oh Gott, nein, danke. Lebensmüde sein? Dafür bin ich nicht so lebensmüde wie damals, einfach mal meine Axt, ist das Airfield drin. Ja. Ich würd' mal sagen, wir gehen jetzt mal zu den Airnen da drüben. Oh, jetzt spring doch durch Fenster, oder ist er zu doof dafür? Point ACP Rounds, da ist er für den Colt. Was ist denn der Colt? Die hab ich noch nie gesehen. Und das, äh, ist der, wie heißt er? Nicht die Magnum. Ich glaub aber doch. Ehm? Ah, ich bin wirklich full. Sehr schön. Ach, guck mal, sogar mit Magazinen hab ich. Ich hab hier Magazine für die Pistole gefunden, ist das nicht cool? Und 40er Schuss für die M4. Und noch Patronen für die Dingens. Wie heißt sie hier? Die Magnum. Jetzt muss ich nur noch ihr Leben draus kommen. Du musst mir noch Schmerzen, mein Freund. Absolut, man. Doch, du bist die ganze Zeit eben rumstehen. Oh. Oh. Äh, wollen wir uns... Joa, Zombie. Ey, das... Wollen wir uns? Wurde gerade gesagt, dass du Daisy spielst. Bitte? Wurde gerade gesagt, dass Lizzie hier wo Daisy spielt. Von wem? Äh, äh, von... Hä? Wurde hat mir gerade gesagt, dass Daisy spielt. Stimmt doch gar nicht, er spielt doch gar nicht Daisy. Weißt du, weil, äh, Cero und ich, der sind... Die wissen so, ja, wir sind so. Und ich wüsste, wenn der Daisy spielt. Wir wissen, ich bin, ne? Ja. 5,56 Munition. Oh, warte mal kurz. Ähm, dass du mal die Hand nehmen. 5,56 Rounds. Wir sind 4,8 Kilometer Rennen. Bis wo? Bis zum... Berg? Da, genau. Na ja, macht doch. Ne, äh, ich komme euch gleich auch entgegen. Ich will den auch eben absuchen. Zuschauer dürfen jetzt auch wieder bei mir mitschauen, weil die anderen machen jetzt genau das gleiche wie ich. Die rennen jetzt auch noch... Das sagst du, ne? Ja, ihr rennt euch auch noch durch die Gegend. So. Und meine Zuschauer können wieder zurückkommen. Oder willst du mir die jetzt noch klauen? Du Clown. Weg damit. Wim ist aus der Hand. Oh Gott, diese Legs bringen mich um. Hier hat einer getrunken bei mir gerade. Scheiße, ne? Dann... Da kommt die SDF, lass uns zum komischen Tower. Ja, lauf Jonas, lauf Jonas, lauf Jonas, lauf Jonas, lauf, 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 lauf. Wohin jetzt? Tower. Kannst du vielleicht so in die Hand nehmen? Doch, jetzt kann ich wieder so in die Hand nehmen. Ich lauf mal Richtung Norden vom Green Mountain aus kurz. Also wieder auf der Erde. Klar, wir waren nicht in Tower drin. vielleicht kriegen wir noch nen spieler gekillt oh god wir sterben schon nicht sagte leggero mit einem helm auf ich kann auf jeden fall eine waffe schaut mal kommt ihr noch pustoschka warum uns da treffen weil da komme ich da kann ich ungefähr hinkommen das kann ich das kann ich erreichen ich könnte auch nach starry sober kommen allerdings um doch mal zu viel ja kommen wir zum erfährt ist so einfach gesagt was uns ein starry treffen irgendwie wurde es da wieder zu gefährlich ist eigentlich ja wir werden übers airfield über den tower danach zu nach starry und los so ich muss jetzt hier die straße runter jetzt wird es nämlich ganz spannend jetzt navigiere ich nämlich den straßen nach du hast schmerzen mein freund du weißt es noch nicht ich habe schmerzenmittel eingenommen deshalb weißt du ja nicht dass du schmerzen hast so jetzt kommt da vorne die straße die gleich abgeht von dem weg und zwar da oben heißt ich kann hier lang laufen sie sieht jetzt übrigens bei mir wieder die navigationskünste des absoluten profis die mich schon so weit gebracht haben ich weiß wo ich hin muss wo ich bin durch die wand gepackt wo der fack ich bin durch die wand gepackt da bin ich wieder hallo hier oh das ist gefährlich ich bleibe lieber auf dem weg da oben sitzt einer Feuer hier abbiegen komm ab ich glaube das geht durch den Zaun ah siehst du ihn? hast du ihn gesehen? siehst du ihn gesehen? sieh sieh getroffen? wüscht sie glaube ich getroffen haben ich weiß es nicht genau wo der hat sich ausgelockt ne sind noch alle eingelockt sonst braucht er ja der dreht sich da noch der dreht sich da noch der dreht sich da noch oh zu tief der oben drauf ganz oben drauf ja hält sich ihn auch wie hast du ihn getroffen? Gott mach doch nach Gott mach doch nach ok ich hab nachgeladen den nicht mehr der tot? wo bist du? im Wald mit 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 Also ich habe ihn auf jeden Fall getroffen, er hat geblutet. Ich brauche mal deine Orientierung. Du siehst den Tower? Ja, ich sehe den Tower. Siehst du den Feuerwehrturm? Ja. Den sehe ich nicht zum Beispiel. Da, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich auch. Nähern wir uns? Würde ich mal sagen, ja. Durch den Wald, ne? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Die fucking Sonne, ich sehe nichts, Mann. Genau vor dir. Ist genau vor mir? Da sind wir mit der. Ah, da sehe ich, okay. Aber es ist echt schön, ich habe jetzt, äh, bei mir läuft das Spiel tatsächlich flüssig gerade. Warte mal kurz, ich gucke mal kurz in den Feuerwehrturm, da ist aber nichts drin. Ja, bei mir läuft es doch nicht gerade auch ein kleines Stück besser. Können wir dich stöhnen? Da drüben. Warte, ey, ich sehe nichts, es blendet wie sonst was. Okay. Hin? Einfach mal rüber rennen. Ja. Uh, wann seid ihr ungefähr da in Starry? So, wir müssen hier gerade erst mal hier auf den Airport. Gut, dann werde ich nämlich auch erst mal hier ein bisschen, hier, etwas Zeit lassen und nicht so... Durch hechten. Heuwegelchen, heuwegelchen. Du? Ja, ja, ja. Wir haben gleich gefasst. Kante. Da vorne müsst ihr den Weg abbiegen. Kannst du von da aus den Turm einsehen? Den anderen? Ich will den Turm. Und? Ist wieder irgendwas?